David Yu postet mal wieder etwas zum Thema Pokémon. Es gibt ein Update zum Dezember, wie viele neue User wir haben, wie hoch die Activity war und noch vieles Wichtiges mehr. Und wir schauen uns alle kommenden Comic-Jobs ganz genau an. Das und noch sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle auch direkt rein hier mit dem Post von David Yu. Denn er spielt mal wieder ein bisschen mit uns, spielt hier mit seinen Pokémon-Sachen. Der Vibi Meister hat sie auch schon geteilt. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal den ganzen Post hier an. Das Ganze hat er auf Instagram geteilt und hat sich hier Pancakes mit einem Pokémon-Gesicht drauf gemacht. Und er schreibt hier, hier ist mein erstes Frühstück und Pancakes für 2024. Er ist sehr gespannt auf dieses sehr spannende Jahr. Und ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll persönlich, aber mir sieht das so ein bisschen danach aus. Entweder will er uns hier wieder nur ein bisschen catchen oder er ist selber einfach total fasziniert hier von diesen Pancakes mit Pokémon-Gesicht. Ich weiß aber natürlich nicht, ob da noch mehr hinter stecken könnte. Ich persönlich empfinde das jedenfalls als klein hin, weil er ist schon in die Richtung, dass er da mit uns sagen möchte, Hey, da kommt was in die Richtung, weil warum sollte er das dann posten? Also ich weiß nicht, er ist jetzt keiner, der das regelmäßig macht, dass er sein Essen postet. Und dann dort noch sogar irgendwas von Pokémon zu sehen ist, beziehungsweise Pikachu jetzt an dieser Stelle hier. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob es ja damit was auf sich haben wird. Schreibt doch auf jeden Fall mal auch sehr gerne eure Meinung zu diesem Post von David hier unten in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Kommen wir zum monatlichen Update zum Vibi-Market. Wie viele neue User gibt es und so weiter und so fort. Schauen wir uns mal hier an von den Active Users. Wir haben insgesamt 5,85% mehr Active Users als zum Vormonat. Insgesamt 17.223 hatten wir im Dezember. Und neue Wallets nur gerade mal 382 und das ist ein Rückgang hier von 7,28%. Was man aber hier auch ganz klar sagen muss, 382 neue User hören sich jetzt nicht gerade fehlen. Es ist wenigstens aber im Verhältnis zu den aktiven Wallets doch ein relativ leichtes Wachstum. Und was man hier außerdem noch verstehen muss, es handelt sich hier sehr wahrscheinlich nicht um Bot-Accounts. Da wir in der letzten Zeit wirklich sehr, sehr wenig Jobs hatten, wo man jetzt einen Bot-Account gebraucht hätte. Von daher gehe ich persönlich davon aus, dass hier sogar wirklich knapp alle 382 Leute, die neu dazugekommen sind in die App, natürlich auch hier im Prinzip keine Bots sind. Dementsprechend erstmal ein sehr positives Zeichen. Market Activity sieht auch sehr positiv aus. Wir hatten insgesamt 107 Trades im Dezember. 10.000 Käufer, nur 9.000 Verkäufer. Und das ist schon mal sehr, sehr interessant. Wir haben hier insgesamt einen Zuwachs von 27% bei den Trades gehabt im Dezember. 30% von den Käufern und 15% von den Verkäufern. Und was sehr spannend hier auch zu beobachten ist, wir haben auf jeden Fall mehr Käufer im Markt als Verkäufer. Was erstmal prinzipiell eine sehr, sehr wichtige Sache ist, um auf jeden Fall den Markt auch erstmal da zu halten, wo er momentan ist. Ansonsten haben wir im Monat Dezember insgesamt 24 Jobs. Es wurden auf jeden Fall einige Tokens gemintet. Und das sind, würde ich sagen, auf jeden Fall hier die wichtigsten Sachen. Folgt auf jeden Fall der VBFox sehr gerne auf Twitter. Macht wirklich sehr, sehr guten Content und auch auf YouTube sehr, sehr geile Videos. Deswegen, ich werde es unten auf jeden Fall mal verlinken. Kommen wir nun zu den nächsten Comic-Jobs und der nächste Comic-Job ist hier der Devil Hashtag 9 aus dem Jahre 1998. Und das Ganze wird hier am 11. Januar, das heißt am Donnerstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Und das Ganze natürlich hier wie immer mit exklusiven Rare- wie auch Ultra-Cover mit dabei. Für mich persönlich hat es hier kein Cover mit dabei, was ich persönlich extrem feiere. Wir sehen hier eine Auflage von gerade mal 6000 Stück, unter anderem ein Listenpreis von 7 Gems. Und die First Appearance of Maya Lopez. Ansonsten schauen wir uns mal die Go-Collect-Daten an. Die sehen jetzt auch nicht super vielversprechend aus. Wir haben hier eine 9.8 mit 1330 Grades und knapp 450 Sales, aber auch nur einem Preis von 250 Dollar. Dementsprechend, man sieht jetzt hier auch schon vom Preislichen her, reden wir jetzt hier von absolut keinem Rare-Comic. Deswegen ist es für mich persönlich auch ein Skip an dieser Stelle. Kommen wir zum nächsten Tarzan-Comic, der droppen wird. Und das Ganze wird hier am Mittwoch, dem 10. Januar droppen. Tarzan 218 mit diesen Covern einmal. Und ja, für mich auch wieder hier an dieser Stelle ein Skip, da die letzten Tarzan-Comics sehr, sehr schlecht gelaufen sind. Und auch die Daten von Go-Collect nicht wirklich vielversprechend sind. Man sieht hier 9.8, drei Grades, gerade mal bei 90 Dollar. Und das auch erst in 2015, das letzte verkauft worden. Also auch hier kein wirklich starkes Comic. Kommen wir noch zum Crafting-Table, beziehungsweise zum Animation-Desk. Und da haben sich viele Leute die Frage gestellt, hey, lohnt sich das denn jetzt eigentlich überhaupt, diesen Desk noch zu craften? Ja, weil das Ganze natürlich ohne weitere Utility leider versehen wurde. Wir haben zwar diese Animation, die man hier auch auf der Vorschau sieht, wo etwas gezeichnet wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nichts, was mich persönlich catcht oder manch anderen gecatcht hat. So, was ich jedenfalls in der Community gehört habe. Und deswegen bin ich persönlich momentan der Meinung, dass ich lieber meine Stifte halte, die Siegut Rears einfach nutze, um MCP-Punkte zu farmen. Natürlich ist es schon ein ordentlicher Fail, dass hier nicht noch mehr an Utility gekommen ist. Ich werde mir aber auf jeden Fall auch nochmal auf dem Market im Nachhinein den Tisch holen, einfach weil es natürlich ein schönes Accessoire ist. Und ich habe auch schon sehr, sehr gute und auch coole Bilder damit gesehen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich einfach ein bisschen schade, dass der Preis sich einfach so niedrig hängt, dass sich das Craften eigentlich überhaupt nicht lohnt, weil man damit nämlich dann komplett ins Minus kommt. Und deswegen bin ich eher der Meinung, dass man diese Stifte halten sollte und den Tisch auf dem Secondary Market holen sollte. So kann man auf jeden Fall am meisten noch MCP-Punkte farmen. Schreibt mir aber auf jeden Fall auch gerne eure Vorgehensweise unten in die Kommentare. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den aktuellen Vibi-News für dich da draußen. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall da draußen noch einen wunderschönen Morgenmittagabend. Und bis dann, der Käpt'n. Ciao, ciao.